Nein, 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 lass sie an, lass sie an, lass sie, nein, alle, oh mein Gott, ich hab euch beschützt, danke, danke, Leute, ich hab nicht auf den Link geklickt, ne, ich lauf nur mit euch, oh mein Gott, kann man nämlich irgendwie ein Gesicht schlagen jetzt oder so, ich hab mal auf mein Bildschirm gewartet, aber es hat nicht gewartet, oh mein Elektro-Schockereien, Mann, oh damn it, Alter, jetzt zeigt er mir jetzt einen Arsch, ey, ja, jetzt dreht sich die Kamera hier wie so eine Irre, gleich wickelt sich das Kabel auf und dann, oh mein Gott, okay, ich hab jetzt, ich hab jetzt draufgeklickt, aber es sieht nicht gut aus, nein, 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 stopp, wie mach ich das weg? Alter, warte mal, warte mal, ich versuche jetzt alles mit Pantes machen zu drehen, K Israel, krägst dich weg! want, ich kriegst dich weg! Meine Kindheit Ist mein... ich kriegst dich weg! Ja, ich hab meine Kindheit. Mein Browser hängt, ohaaaaaaaaahhh! Oh Gott, sehr 애stlich! Oh! Für seine Eier SUREIMEN! Oh mein Gott! Gleich, sz Пока. Arrrr Ooooaahhhh Neee Aaaaaaaah Uuuu wei Ich kreie Oh Gott Oh Gott Ohhhh Ohhhhh Oh mein Geflungen Er ist gestorben, zu Glück Nein Wann hältst du denn vor weniger trinken? Oh Gott Oh Gott, Fuku in die an Ich mach ne Pause, ich mach ne Pause Ich mach definitiv viel vorbei Hedgehut, einfach nur Hedgehut, halt weg Oh Ich muss mir mal ne Pätschen kaufen Ja Ich kauf nicht Mit was redest du da? Was ist das? Oh Gott Was machst du da Junge? Was ist das? Was zur Hölle, was ist das? Hahahaha Ist das ein Fäcker? Ok Schwarz auch noch Was macht er mit dem Ding? Oh mein Geflogen ist da Alter Mach den Hubschrauber, mach den Hubschrauber Du Angel Hahahaha Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Gott Hahahaha 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 Ich sitze hier vor Lachen Ich kann nicht mehr Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Wo bist du? Hahahaha Guck ich mir an Ich hab ein Glas von Dreck Drück ab, drück ab, drück ab, bitte Drück ab, bitte Drück ab, bitte 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 Ich hab ein Glas von Dreck Ich hab ein Glas von Dreck Alter, das kann doch nicht wahr sein, Alter Das ist doch Krass Ja krass Hat ihr eigentlich schon gesagt, dass ihr echt cool seid? Sagt der Richtige Hahahaha Ich kann nicht mehr Ich will nach Hause Ich hab nach Hause Wie seht ihr seine Küche? Hahahaha Oh Gott Gibt's aber auch nicht Hahahaha Was passiert jetzt? Ich wills nicht wissen Jetzt sehen wir sich irgendein Butthole What? So nach wo Oh Gott Was macht denn den Staubsauger jetzt da? Hahahaha Ich hab keine Ahnung Was zur Hölle Ist das ein Staubsauger? Ja das ist ein Staubsauger Oh mein Gott Jetzt braucht er den Staubsauger, Alter Hahahaha Der arme Staubsauger Dreh weg Dreh weg Hahahaha Normalerweise müsste der auf der Stelle wegfaulen jetzt Hahahaha 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 Oh mein Gott Hahahaha Hahahaha Das ist widerlich Hahahaha 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 Alter was hat der getrunken Hahahaha Hahahaha Ich glaube er ist bei der dritten Flasche Wodka Ich glaub nicht dass er was getrunken hat Ich glaub der ist irgendwie auf Crystal Meth oder so Hahahaha 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 Oh Gott was geht jetzt Oh Gott was geht jetzt Hahahaha Ich bin süß ihr wisst mich liebe Abend Hahahaha Ja Leute was macht er da Was willst du nicht wissen Esco Ihr habt mir liegt gefühlt ich liegt da an und dachte man was du los Aber noch einmal hättest du danach eine Wohnung sein Leben ruiniert Niederlande und wie soll er sich an Flauptrogramm dran? Ich bin hier schon höchstens suizidgefährdet. Kevin, spielst du mit der Cameroon? Ich mach gar nix hier! Nee, die muss ich wieder einziehen! Ich hoffe, da versuchst du jetzt nicht in seinen Arschloch zu stecken. Ich möchte das auch nicht damit ansehen. Ich möchte das nicht von innen sehen. Am besten ins Arschloch und dann anmachen. Dann wollen die wieder scheißen gehen. Hör auf, du gehst ihm auf Ideen! Moment! Ich saug mir die Scheiße aus dem Arsch! Wenn er so lacht, dann weiß ich, was gleich kommt. Oh Gott, nein! Nein! Ich hab grad Standbild! Nein! 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 Oh nee! Was? Junge, hast du Bock? Warte, steckst du dir da in deinen Arsch? Ne Cewa-Rolle? Ey! Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? 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 Gleich wickst du dich noch vor der Cam ein, dann mach ich sofort aus. Oh nee, Alter! Lass die Cam aus, lass die Cam aus, jetzt wird pervers! Was ist das denn? Ich wickst mir doch kein voller Cam alle für die Scheiße, oder was? Ne, auch kein voller Cam alle für die Scheiße, oder was? Bist du behindert? Fabio, du hast das nicht echt? Du kannst das da... Ich bin nicht schlecht! Oh Gott! Was steckst du dir denn in den Arsch, Junge? Gott! Wie... Oh Gott! Komm mal, du blamierst gerade übertrieben, ne? Der merkt alles gar nicht! Wie gut du das sagst! Das weiß ich ja morgen nicht mehr! Nein! Boga hat ja keine Erinnerung mehr an diesem Tag! Fliegenklatsche! Fliegenklatsche ist das! Oh! Oh, wer hat's da kam? Der war gut, ey! Das ist eine Fliegenklatsche mit dem Arsch, oder? Ja, das wär echt gut! Guck mal! Oh, ich hab's sogar! Ich hab's sogar! Achtung, ich hab's! Ich hol jetzt was raus! Achtung! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Was ist das denn jetzt? Ein Tennis-Schneider? Ja, Tennis-Schneider! Oh nein! Alter! Nein! Nein! Das kann man nicht tun! Das kann man einfach nicht tun! Aber bitte mit der schwarzen Seite, ja? Nee! Nee! Du musst anschalten, das Ding! Am Arschrand! Ist das so ein Fliegen-Ding? Ja! Ja! Ich hab's fliegen! Ich hab's fliegen! Ich hab's fliegen! Geh mal da! Sack damit! Oh, wer hat's grad? Das war eine elektrische Fliegen-Klatsche! Nicht schlecht! Ich war das! Oh, nicht schlecht! Warte mal! Ich hab's fliegen! Warte! Warte! Ich hab's Standbild! Ich hol alles raus, was ich reingehen kann! Ja! Moment! Ich hab's Standbild! Nein! Ich hab's Standbild! Ich hab's mir noch den Arsch mit der... Ich auch! Ja, sorry! Ey, die Oma Buchse muss sein! Solang du sie anbelässt! Ey, du bist per weh! Deine Kamera hängt! Solang die Unterhose anbleiben ist alles... Ne, ne! Ich hab die Unterhose volles Bild leider! Die hat auch keine Lust mehr! Ich kann mehr! Ich will nach Hause! Ich bin ja zuhause! Scheiße! Ich brauch nur einen Psychiater, um das zu verdauen! Ich auch! Ja! Nimmst du mich mit? Oh! Hase, dein, äh, Freundin! In der Video ist gleich geil! Gebt Kamera und Reise Sekunden! Die baut grad die Verbindung wieder auf die! Ihr seid zu viele Leute nur zu gucken! Also! Ihr seid zu viele Leute, Alter! Wir gucken denn hier im Sinne! Ja! Achtung! Jetzt kommt die Sache! Jetzt kommt die Sache! Jetzt kommt die Sache mit dem Motorradhelm! Achtung! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Und der wird! Ich hol schon mal meine Pätschenik raus und halt sie mir in den Kopf! Netzwerk! Zeitüberschreitung! Jetzt geht sie wieder! Was?! Moment! Die Kamera lebt! Sie kalibriert sich noch! Ja! Ich hab... Was will die sich denn noch librieren?! Leila-Cam kann Nickelgarten! Ja normalerweise geht die in meinen Garten und ich kann sie auch in meine Wohnung richten! Ich kann sterben! Was hat denn da jetzt am Kopf? Ein Helm! Ein Motorradhelm! Hat der denn eine Cam ausgemacht? Ich kann ja nicht mehr aufjoin! Ja auch nicht! Das willst du gar nicht! Nein! Das wüsste ich nicht! Was muss ich neu machen? Ich bin nebenbei noch an... an Skype, ne? Hör mal, warte! Woll! Jetzt versucht er sich einen Motorradhelm in den Arsch zu schieben! Es geht nicht! Es geht nicht! Es geht nicht! Es geht nicht! Doch! Es probier dich! Schick mal meine Sonne! Ähm... Ja jetzt scheint ihm die Sonne aus dem Arsch! Ja, sorry! Äh... Der Motorradhelm... Ging nicht rein! Ich dachte also... Letztens hätte ich ihn reingekriegt, aber... Ich hab kein Gleitgehen mehr da! Hm... Sonst hätte das wahrscheinlich gepasst! Oh Gott! Und ich seh wieder, warte mal! Ging nicht, sorry! Warte mal! Ich probier... Ich probier noch was, ja? Direkt in meine Psyche rein! Der linke, der war auch nett! Ey, Emma! Auf sich, hast du einen guten Sicher? Nee! Wie kann man sich denn irgendwelche Dinge in den Arsch? Außer einer Pistole! Boah, das kommt ja mit einer Bratwahn an! Oh Gott, nein! Ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jetzt hängt nur den Pimmel raus! Oh nein! Oh nein! Ich kann das los! Ey! Jetzt hängt der Leid! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich muss das wegmachen! Ich kann das nicht echt! Das hat sich mit meinem Gedächtnis gebrannt! Nein, nein, nein! Jetzt hängt ihm sein Sack aus! So Leute! Ich... Sorry! Sorry! Aber jetzt kostet das Geld normalerweise! Das hat sich jetzt mit meinem Gedächtnis gebrannt! Das hat sich jetzt mit meinem Gedächtnis gebrannt! Und ich bin nüchtern! So! Ich bin nüchtern! Ich vergesse das nicht mehr! Guck mal wie hässlich er ist! Ich guck dir meinen stahlen Körbchen Schäfer an! Ich hab ein verschumpeltes Höschen da! Das wollte ich jetzt nicht sehen! Ach so, Farb! Du bist schon noch mehr Zuschauer geworden! Soll ich nicht mal Fisch erkusten? Lass die Hose an, mein Freund! Lass dich an! Lass dich an! Ich bin einloggen hier! Ich glaub, bei dir ist es kalt, oder? Oh, bei mir ist es so warm! Ich werde am liebsten... Ich werde am liebsten... Oh Gott, würde ich am liebsten... Was denken die Nachbarn? Was denken die Nachbarn? Nein, du... Der hat keine Nachbarn mehr! Das heißt, es ist am liebsten... Ich werde am liebsten hier alle rausziehen! Lass die Hose an! Lass diese Scheißhose an! Lass diese Scheißhose an! Nein! Es ist so warm! Fabian... Nein, es ist nicht warm! Oh, die Hose, sie ist weg! Nein, nein, nein! Jetzt hab ich mein Fisch! Ich hab mich noch nie so über eine Matratze gefreut, ey! Ich hab so... Ich geh grad reden! Ich komm wieder... Ich hab's geguckt! Mia, ich muss dir jetzt Geld geben dafür! Nein, 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 nein! Nicht zurück! Nein, 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 nein! Dreh's, Mia! Dreh's! Mia, drehen! Ja! Ja! Matratze! Ja! Das ist eine schöne Matratze! Ich liebe mich, Matratze! Ich liebe mich, Matratze!